Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Mortal Kombat von Simon McQuoid. 1995 kam die erste Mortal Kombat Verfilmung in die Kinos und manche werden sich vielleicht erinnern, der Film war hohl, er war billig, er war schrecklich und er muss eigentlich im Abgrund der Filmgeschichte verschwinden. Ja, das sah schon alles furchtbar selbst gebastelt aus. Es wirkte so, als hätte man ein paar Kirmesboxer genommen und sie in eine Geisterbahn gesteckt und dort dann irgendetwas gedreht. 26 Jahre später könnte es ja jetzt vielleicht einen Fortschritt gegeben haben, zumindest eine technische Entwicklung hat es gegeben. So sieht das nicht mehr alles ganz so schlimm aus, es sieht ein bisschen professioneller aus, aber geschmacklos sind diese Bildwelten noch immer und Greenscreen, das hat man auch schon mal besser gesehen. Dieses filmische Meshup beinhaltet alle möglichen Versatzstücke aus Fantasy, aus Martial Arts. Keine Originalität ist in diesem Film zu finden, wie ja auch schon in dem Film von 1995 nicht. Man könnte jetzt auch sagen, naja, wie ist das denn mit modernen Fantasy Filmen? Denken wir an Herr der Ringe oder auch an Star Wars? Denken wir daran, dann haben wir natürlich postmoderne Bildwelten vor Augen, die jedoch ja schon eine gewisse Eigensinnigkeit hatten. Aber davon jetzt bei Mortal Kombat keine Spur. Da ein Cyborg, da ein abgehalfter Söldner im Indiana Jones Outfit. Hier gibt es dann einen Typen mit Laseraugen, eine Figur mit vier Armen, ein bisschen asiatisch wirkende Kultur. Mortal Kombat ist ein Fantasy-Gemeinplatz. Es reicht offenbar, wenn man sagt, ja, es sieht nicht so aus wie daheim, also muss es Fantasy sein. Die Prämisse ist auch simpel. Es gibt diese Welt, aber es gibt noch viele andere Welten. Und diese Welt, das ist das Earthrealm. Und dann gibt es aber noch etwas anderes dort draußen, nämlich Reiche, in denen erbitterte Kämpfe stattfinden. Vor Urzeiten kämpfte Donnergott Raiden gegen den bösen Eldergott Shinnon. Und dieser Konflikt, der ist nie richtig befriedet worden. Immer kämpft er weiter gut gegen Böse. Und dieser Kampf gut gegen Böse ist natürlich ein Kennzeichen des Fantasy-Genres schlechthin. Es gibt also mehrere reiche Dimensionen, in denen dann gekämpft wird um die Vorherrschaft. Das Earthrealm hat aber nun neun Kämpfe gegen Outworld verloren. Und wenn es jetzt zu einer zehnten Niederlage kommen würde, dann würde die Menschheit versklavt werden. Und natürlich muss das irgendwie verhindert werden. Und deshalb machen sich da ein paar lustige Figuren auf den Weg. Ja, bevor Zhang Zhang in die Welt eindringen kann und sich die Erde untertan machen kann, muss natürlich etwas geschehen. Da müssen diese edlen Kämpfer zusammenkommen. Da ist der Elite-Soldat Jack Spriggs, da ist seine Partnerin Sonja Blade, der Mixed Martial Arts Kämpfer Cole Young. Und der ist auch besonders prädestiniert für diesen Kampf. Der hat nämlich dieses mysteriöse Mal. Und so brechen sie auf, um zu verhindern, dass Outworld gewinnt. Da muss also jetzt dieser Mortal Kombat gekämpft werden. Schaulinkämpfer treten aber auch noch auf. Und die Bösen, erfahren wir, die haben tatsächlich Böses im Sinn. Ungelenke Fights ohne Spannung nehmen dann ihren Lauf. Wirklich brutal sind die Kämpfe eigentlich nicht, wenn man vergleicht, wie brutal eigentlich die Langeweile ist, die dieser Film verströmt. Der Film ist aber international immens erfolgreich. Und wir müssen uns natürlich fragen, warum ist das so? Woran liegt das eigentlich? Die übliche Antwort, die lautet jetzt, naja, vergess die Geschichte und diesen ganzen Mythos. Es geht doch eigentlich nur um diese drastischen Kampfszenen. Es geht um das Spektakel. Mehr will man doch gar nicht sehen. Solche Erklärungen aber sollten uns stutzig machen. Immer wenn Leute sagen, ja, jetzt mal nicht auf das achten. Das spielt doch gar keine Rolle. Vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Denn man fragt sich ja, wenn es tatsächlich nur um das Spektakel ginge, warum braucht man dann überhaupt diesen Mythos, diese umständlichen Erklärungen. Wozu das alles? Warum dann nicht einfach tolle Kampfszenen zeigen? Es geht ja auch in einer schönen, klaren Reinheit. Denken wir an John Wick. Da braucht man nicht 100 Jahre was zu erklären, bis der mal anfängt zu kämpfen. Aber nein, es gibt natürlich hier ein Bedürfnis nach solchen Kampfszenen. Aber wir sollten die nicht ganz so isoliert sehen. Nicht zufällig kreidete man ja der Verfilmung von 1995 an. Sie sei eigentlich noch zu familienfreundlich, zu zahm. Natürlich will man Brutalität sehen. Aber die Brutalität ist zwar eine wichtige Substanz für den Erfolg des Films. Aber diese Brutalität soll nicht in Reinform konsumiert werden. Denn würde man nur die Brutalität konsumieren, wäre sie reizlos. Jemand, der gerne Zigaretten oder Zigarren raucht, der wird sich auch nicht mit einem Nikotinpflaster zufriedengeben. Die Verpackung quasi ist genauso wichtig. Alles, was dazu gehört. Und so ist es auch hier. Es geht nicht nur um reine Kampfszenen. Wozu braucht es eigentlich dann diesen fiktionalen Rahmen? Dieser Rahmen ist die notwendige Bedingung für all die Brutalität, die wir da zu sehen bekommen. Von der funktionalen, rationalen, aseptischen Welt, in der wir leben, müssen wir erst einmal Abstand gewinnen. Und das geschieht durch diese Rahmung. Wir leben eigentlich in einer sehr mythosfernen, eben funktionalen Welt. Von der Zentralheizung über die Ampelanlage bis hin zur Smartwatch. Die zivilisatorische Moderne ist wohl temperiert, aber auch ein bisschen langweilig. Die Lektion der Aufklärung ist vielleicht auch deshalb für viele unerträglich. Hinzu kommt, der Himmel ist leergefegt. Aber was macht man mit einem leeren Himmel? Man könnte ihn wieder füllen mit New Age, Esoterik, mit Sekten und natürlich mit Fantasy. Denken wir an die Szene, wenn unsere Kämpfer den Raiden-Tempel betreten. Sie sehen jetzt die ganze Vergangenheit präsent. Sie sehen diese Bilder. Sie hören den Mythos noch einmal. Und Sonja sagt, ich habe es gewusst. Es ist alles wahr. Das erinnert uns selbstverständlich an Star Wars, das Erwachen der Macht. Auch dort erfahren wir, dass das alles wahr ist. Dass die Macht wirklich ist, dass es sie gibt. Wir leben heute in unglaublich religiösen Zeiten. Ja, wir erleben die Rückkehr der Religion. Lassen wir uns nicht täuschen, dass es jetzt Kirchenkritik überall gibt, vor allem an der katholischen Kirche am Vatikan. Aber längst sind andere, die den Himmel besetzt haben da. Unter anderem auch die, die Fantasy verbreiten, die Wünsche ans Universum richten und und und. Diese Sonja ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Sie ist jetzt erfreut darüber, dass alles real ist. Und sie ist zugleich Prepperin. Sie war immer präpariert, immer vorbereitet auf das, was da einmal kommen könnte, diese Mortal Kombat. Sie hat es gewusst und hat dann in ihrem Haus da extra ein Lager angelegt. Und sie ist gewisserweise auch Verschwörungstheoretikerin. Über Jahre hat sie alles in ihrem Versteck zusammengetragen, was sie in Erfahrung bringen konnte. Über das Drachenzeichen hat Zeitungsausschnitte gesammelt und und und. Und sie weiß jetzt also Bescheid. Das erinnert an einen anderen Film, an Godzilla vs. Kong. Da ist es der Podcaster, der vermeintlich Verschwörungstheorien verbreitet, die sich aber dann auch als wahr entpuppen. Ja, das Fantasy-Genre boomt überall in der Gegenwart wie dann in der Fiktion. Kurt Anderson hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Fantasyland 500 Jahre Realitätsverlust. Und da sagt er, wie weit dieser Fantasy-Boom eigentlich geht, beziehungsweise dass diese ganze amerikanische Geschichte sehr nah an Fantasy ist. Und er schreibt, wie weit verbreitet ist diese bunt gewürfelte Hingebung an das Irreale eigentlich? Wie viele Amerikaner leben heute in parallelen Wirklichkeiten? Meinen Berechnungen zufolge sind die wirklich solide realitätsbasierten Menschen in Amerika inzwischen in der Minderheit. Vielleicht machen sie ein Drittel aus. Ziemlich sicher, aber sind es weniger als die Hälfte. Beispielsweise ist nur ein Drittel der Amerikaner mehr oder weniger davon überzeugt, dass vor allem die CO2-Emissionen der Autos und Fabriken für die globale Erderwärmung verantwortlich sind. Nur ein Drittel ist der Ansicht, dass die Schöpfungsgeschichte nicht wörtlich zu nehmen ist, dass wir es hier nicht mit einem auf Fakten basierenden Bericht zu tun haben. Und nur ein Drittel ist sich wirklich sicher, dass es keine Telepathie und keine Geister gibt. Dagegen glauben zwei Drittel der Amerikaner, dass Engel und Dämonen Einfluss auf unsere Welt haben. Ja, Fantasy ist, wenn man so möchte, schon sehr real geworden. Das findet nicht nur zwischen Buchdeckeln in Computerspielen oder auf der Leinwand statt. Wir haben uns immer mehr in Fantasyland verwandelt und das gilt nicht nur für Amerika, sondern das gilt sicherlich auch für uns. Und Anderson erzählt eine schöne Geschichte der amerikanischen Gründerväter, eine Legende, die im 19. Jahrhundert dann kolportiert wurde. George Washington und Co. saßen zusammen, berieten über die Unabhängigkeitserklärung, waren sich aber nicht einig, bis dann ein engelartiges Wesen erschien, ihnen eine Standpauke hielt und danach verabschiedeten sie dann die Unabhängigkeitserklärung. Ronald Reagan hat 1955, 56 eine Rede gehalten und hat darauf Bezug genommen. Aber nicht als Legende, sondern Reagan hielt Zeit seines Lebens genau diese Legende für wahr. Also auch das ist Fantasy. Zu Fantasy gehört dann auch eine Pluralität von Welten. Alles kann nebeneinander her existieren. Das ist auch ein bisschen diese Blasenbildung, die wir im Internet beobachten. Ganz stark ja jetzt auch beim Streamen. Jeder streamt sich oder hat so seine Lieblingsstreamer. Man begibt sich dort in eigene Welten und alles ist da irgendwie in dem Nebeneinander wahr. Mortal Kombat, Star Wars, Globulis, Twitch Streams, alles ist irgendwie okay und zu diesem Relativismus passt dann auch die relativistische Ästhetik. Mortal Kombat bietet innerhalb des Fantasy-Rahmens Platz für eine Neo-Gemeinschaft aus zusammengewürfelten Figuren. Gut gegen Böse treten da an und das verschafft dann wieder Übersichtlichkeit. Und darin liegt die große Regression. Man reduziert die Komplexität so weit, dass am Ende nur noch Gut und Böse übrig bleiben. Es soll der Ausweg sein aus der funktionalen Welt, aber wenn wir mal uns das genau ansehen bei Mortal Kombat oder bei den Twitch Streams oder wo auch immer, dann haben wir es doch eigentlich mit Regelwerken zu tun. Auch Outworld, auch die ganzen anderen Welten, die sind doch funktional aufgebaut. Auch auf Twitch gibt es klare Hierarchien, Abo-Modelle und so weiter. Streamen ist dann ohnehin bald die neue Akkordarbeit und das zusehen ist eigentlich nichts anderes. Mortal Kombat besteht neben den Kämpfen ja auch vor allem aus Erklärungen. Wie ist das zu deuten? Nun, das sind die Nutzungsbedingungen und Richtlinien. Der Fantasie sind klare Grenzen gesetzt, damit wir nur schauen, aber nicht sehen. Wenn die Nutzung der Welt Pues freut mich wieder. So. 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 Vielen Dank.